Ja, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda The Minish Cap Und toll, Alu hat uns mal eben den Bossfall zurückgelassen Und ja, sorry, ich hab gerade ziemliche Zeitprobleme Und deshalb muss ich wieder eine XXL-Folge rauspacken, weil ich von der Zeit her nicht mehr schaffe Drei einzelne Folgen abzutreten, dann für diesen einen Tag jetzt zu hochzuladen Aber, uah, verdammt Lass mich bloß in Ruhe God, 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 God Au, au, Arschloch Moment, können wir hier irgendwas mit unseren Waffen tun? Ich probier mal das hier Das bringt nichts Boomerang Okay, Moment Na komm, nein, nein, verdammt Lass mich bloß in Ruhe Hallo Lasst mich in Ruhe Ich, ey, ey, ganz ehrlich, Leute Sorry, ich muss mich hier knapp ein bisschen konzentrieren Verdammt Au Na komm, jawoll, wir haben Schaden zugefügt Na komm Okay, Schaden So können wir das weitergehen lassen Ja Es haben nur noch diese zwei Schläge gefehlt Wie geil ist das? Okay, öffnen wir die Kiste Goldes Glücksfragment Sehr schön Das war's Okay Schlang Hallo So, du bist stört und du auch Wir haben schon wieder fast das Maximum an Münzen da Au, au Au, stirb Ich muss jetzt nochmal ganz kurz die Karte angucken Hier Ja Hallo Ah, okay Ich bin zwar gerade völlig planlos in welche Richtung ich laufen muss Weil es schon Arschlange her ist, dass ich die Folge gesehen habe Heute eh nicht mein Tag ist Also Kloppe ich mich einfach mal durch Und hoffe, dass ich in die richtige Richtung renne Ich hoffe es einfach nur Äh Ah Was mache ich hier eigentlich? Leute Hallo Näh Was Ach Gott Ahlo mit seiner Tastenbelegung, ey Ich muss immer erst die Waffen anders belegen Als er es hatte Geh mal hier hoch Oi, 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 oi Was? Blöd zu sagen, dass ich mich hier nicht auskenne? Ich glaub, das wär's Naja Nochmal kurz die Karte checken Weil wir es können Wahrscheinlich Äh Müssen wir noch unten Ich hoffe es zumindest Und wenn nicht, dann verzeiht mir Dass ich falsch laufe Okay, was ist Was bist du da für ein Ding? Ah, also sind wir doch richtig Eine höchst merkwürdige Steinstatue Dieses Auge ist irgendwie unheimlich Okay Mit dir wollen wir nichts tun Und Ey, komm Die Katze hat eine ganze Zeit über geschlafen Und jetzt fange ich an aufzunehmen Nervt sie mich Sag mal Können wir nicht Ich glaub, das willst du nicht Eine Bombe vielleicht Au Ja Auch nicht Können wir da irgendwas Nope Okay, das war mir auch nicht Au Okay, sprinten bringt grad nicht so viel Aber es ist cool Aber es ist cool Guck dir einfach mal die Animation an Ich find's echt geil Au Dann füllen wir dabei leben Ups Okay, Moment Und Okay, wir füllen kein Leben Gut zu wissen Kann man ja was kaputtbomben Das wär jetzt doch cool Nope, kann man nicht Okay, dann schauen wir mal weiter Hallo So, du bist kaputt Oh, wir haben wieder ein Herz Ja, schön So, dann gehen wir hier lang Ich hoffe, dass wir irgendwo rauskommen Aber neun Gut, also wir hängen Das ist wieder mal So typisch für mich Ich hänge bei den einfachsten Stellen Aber dafür kennt man mich Jetzt sind wir immerhin da, wo wir vorher nicht waren Ich klopke trotzdem alles kaputt So, was haben wir denn hier Katze nervt nicht Mensch Gehen wir mal hier lang Ah Also hier war der Alu noch nicht Ohaha Ja komm, aufschieß Ah Lassen wir alles kaputt kloppen Und Ich würde dir ab Pfeile verkaufen Aber du hast keinen Bogen Nächstes Mal vielleicht Bogen? Moment Wenn wir es schon mal hier sind Dann gucken wir doch mal, ob wir was kaputtbomben können Wäre doch cool Ja, ich will da durch Verdammt Das müssen wir eben weitergucken Gut, wo kommen wir hier hin? Äh, ich will nicht absaufen Au, danke Ja wohl Wir, wir, wir leben Gut Nicht absaufen, Link Und kleiner werden Gehen wir erstmal hier durch Moment Okay, das könnten wir schon mal nicht Eui, eui Gut, wir wissen ja alle, was das heißt Äh, ne Blume Okay Noch ne Blume Schießen wir uns an den Blumen vorbei Und Katz Du hörst jetzt auf mich zu nerven Oder ich werd aggressiv So, komm Jawohl, das ist ja mal Was ist denn hier? Uuuh What the fuck? Alter Das ist ja mal scheiße hier Ah, leck mich einfach Hier, komm Geh sterben Scheiß Drecksviecher Bogen erhalten Sehr schön Ah, ich mach den Bogen jetzt schon Äh, ist geil Können wir uns mit dem Bogen fortbewegen? Okay, keine so schlaue Idee Moment, können wir vielleicht mit dem Bogen in die Augen Die Statue hineinschießen Damit sie endlich verschwinden Oh, komm Hier lang Jetzt runter Mal gucken, ob wir hier einen stärkeren Stoß bekommen Oh ja Aber Aber es lohnt sich nicht Dauert viel zu lange Oh Komm Link Ralu Link Wer ist dieser Link? Gut, dann kommen wir da Okay, wir saufen hier sofort ab Keine gute Idee Gut, dann Schnappen wir uns unsere Gestiefel Unsere schönen Schuhe Au Ich will keinen Schaden Jetzt hoffen wir ab Ja, hier ist hoffen wir ab Oh, nee Okay, so langsam hab ich's drauf Cool So, dann probieren wir das doch gleich mal hier aus Jawohl Das klappt Gut Okay Okay, du magst uns nicht Ich seh's schon halt Bist du eigentlich ein Gegner oder Egal was du bist Ah, wir haben Pfeile Sehr schön Kann ich dich jetzt kaputt machen Jetzt nur hier stehen Kannst mir keinen Schaden Ah, okay Nur mit Pfeile und Bogen Sehr schön Jetzt wissen wir das Gut, also wir haben noch alle 30 Pfeile voll Deshalb gehen wir zum Fähig, das da unten war Glücksfragment erhalten Wir kloppen hier natürlich weiter Gras Ah, okay Unser Mütze ist doch nicht 500 Wahrscheinlich dann eher 600 Das wär natürlich um einiges geiler Ach, ein Glücksfragment Gott, so viele von den Teilen hier Gut, also gehen wir runter Ei, 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 ei Nicht Schaden Schaden, Böse Schaden, Böse Ah, nicht vergessen Schaden, Böse Gut, also gehen wir hier runter Und machen gleich mal den Werten, Kollege, fertig Weil wir's können Komm her Okay Komm, komm Oh, ja, ja Okay, du bist tot Sehr schön Dir hab ich's gezeigt Gut, wir machen Fortschritte Was haben wir hier? Glücksfragment Und Scheiß Tracksviecher Lass mich raus Oh Weh, du hast jetzt nicht alle meine Rubinen Guck mal, wie viele Rubine die abziehen Die Schweine Oh Nein Lass mich, gefälligst Und weh, du hast nicht alle meine Rubine Hallo Nein Gott, so viele Rubine haben die mir abgezogen Die Schweine Nein Mistfächer Wir sind arm Was für eine gemeine Falle, ey Alles schön Ja Kurze Äh, was seid ihr für viel hier? Hallo Gut, du bist auch tot Oh All unsere Rubine weg Fast alle Scheiß Viecher Alter Okay, was ist das? Ich dachte schon, da wäre ein Triforce drauf Falsches Spiel Okay Okay, damit will er nichts anfangen Mir nur recht Ich glaube, was jetzt stecken wir jetzt fest Sag bloß, wir stecken hier fest Das fände ich jetzt scheiße Hallo Ja, komm Aber laden wir mal auf Ah, okay Hier können wir bestimmt irgendwo durch Nein, hier nicht Ah, sehr schön Schlange Komm her Sehr schön Ah, okay Ich verstehe schon Hier hätten wir hin müssen Puh, Glück gehabt Ja Träger der Heiligen Macht Das Wind ist Flügel mögen Dich auch tragen Okay Oh, schon geht es so ein Mal Ich erschecke mich Bla, bla, bla Pussy Schnappen uns wieder den Bogen und Lass mich bloß in Ruhe Okay, das war es schon Ja, wir haben so wenig Pfeile Okay, kann man nicht mit Pfeilen verletzen Hallo Anscheinend nicht Egal, aber mit meinem Buben Und abgesoffen Du alte Mist-Sau Ha, ha Gut, jetzt sind wir wieder hier Wo ist eigentlich unser Ziel? Wir brauchen ja Das Element Wo müssen wir hin? Wahrscheinlich hier lang Okay, meine Katze geht mir gerade dermaßen auf den Geist Wieder ein Glücksfall mit meiner Fresse Von den Dingen haben wir den schon Und rein da Gut Wohin fliegen wir? Wohin? Hallo? Ah, hierhin Das ist gut Mag ich Das finde ich sehr gut Durch hier Und rein Naja Irr mich auch Wow Sogar geschafft haben wir das Gut, was haben wir hier? Noch ein Glücksfragment Kann man die jetzt eigentlich verbinden? So, hier Glücksbeutel Ne, die sind zwar völlig verschiedene Aber sie sind golden Das mag ich Oh Gott Unser ganzes Geld Das tut jetzt echt weh Egal, gehen wir wieder mal hier lang Und schauen Ob es noch was gibt Aber so es aussieht Nichts Überhaupt nichts Und Moment Eine Sekunde So, ich habe meine Katze Zur ewigen Verdammnis Auf die Terrasse verbannt Ich hoffe mal Das zeigt jetzt Wirkung hier Wenn nicht, dann eben nicht Okay, ja komm Wohin müssen wir jetzt noch sollen? Können Egal, ich glaube Hier ist mal alles kaputt Also es ist Ostersonntag Ich spiele Zelda Und nehme es auf Und rede nur Schwachsinn Und ich nehme lange auf 45 Minuten Dürfte mich bewundern Ah ja Das haben wir jetzt auch drauf Ne Ich verpeile es Gut, also hier gibt es echt nichts mehr Nichts, gar nichts Nope Hier war nichts mehr Obwohl Kann man damit Na fang damit was an Link Ralu Ralu Nicht link Okay Wir müssen weiter Was können wir denn sonst noch so machen? Ah, toll, danke Mal wieder alles kaputt Bereichern wir uns wieder ein Stückchen Gut Leute Was sollen wir jetzt tun? Ich habe nämlich keinen Plan Wie immer eigentlich Denn Legend of Zelda Ist mir zu verwirkt Wieder ein Glücksfragment Und Wow Wir sind voll gehalten Wir kommen schon wieder So ein Glücksscheiß Und schon wieder Ja Hört das auch mal auf hier Gut Rollen wir uns mal hier lang Hier gab es ja irgendwo Noch so ein Startwindteil Nämlich genau hier Gut Dann Nehmen wir uns Das Ding auch mal vor Komm los Wow Sehr schön Wir leben Geh hier durch Jawohl Ah Die kommen auch mit Fall und Bogen besiegen Das ist sehr schön zu wissen Ah, okay Und jetzt kommen wir hier rein Was haben wir hier? Eine Truhe Wieder ein goldenes Glücksfragment Puh Was gibt es hier noch? Hier unten Könnten wir den Durchgang schließen Und Gras kaputt kloppen Wie eh und je Können wir hier nicht irgendwas? Nope Pfeil Gut Ich will jetzt keine Pfeile verschwenden Jawohl Kräze kann man mit den Dingern auch kaputt machen Äh Ja Hör auf Gut Was können wir hier oben alles tun? Gras kloppen schon mal Das ist ein guter Anfang Gut Wohin könnten wir denn schweben? Hier hin Aber Das bringt es nicht so Denn hier waren wir ja schon Puh Riku guckt eben überall 4-5 mal nach Äh Ja Ja Wollen wir hier noch Und was jetzt? Mensch Ich bin ein Genie Erstmal alles kaputt kloppen Und Ah Man kann das Scheißteil verschieben Ah Leckt mich mal im Alp Dudler Sehr schön Herzteil Ah Ja Keil Und was willst du denn? Ich bin Magnus Der Erste Der größte Meister Der Schwertkunst Aller Zeiten Das Training Bei mir ist Unvergleichlich Ein besseres Gibt es nicht Nanu Es Ist noch ein wenig Zu früh für dich Bei mir zu trainieren Komm wieder Wenn du alle sieben Schriftrollen Das Schwertkunst Ah Ja Genau Genau Ja Du mich auch Lux Fragment Erhalten Au Okay Was haben wir hier? Ah hier waren wir noch nicht Hier wollen wir anscheinend auch nicht hin Autsch Autsch Gut Ich steh aufm Schlauch Mist Über Wasser können wir nicht trennen Ah Das wäre oft zu schön gewesen Ne Geht nicht Wir kloppen Wir kloppen Gräser nach wie vor Er lauf Er lauf Dann wäre ja nochmal laufende Trollen schneller Einz Blöder Blöder Ralu Blöder Böser Böser Ralu Gut Was gab es jetzt noch so zu holen Für uns Und wohin müssen wir überhaupt Und wohin müssen wir überhaupt Okay wir sehen einfach nochmal auf die Karte Gut Ach verdammt Wohin Sagt mir das bitte mal einer Okay wir rennen mal da nach unten Und dann ähm Hier auf diese Insel Warum nicht Autsch So schon mal nicht Okay das wird auch nicht so Yeah Erstmal Gräser Kloppen Also nur dass ihr es wisst Hier ist alles für mich blind Ich hab Keinen Plan Gut hier rein Und flieg Ralu Flieg Da sind wir So ja Okay Noch ein Glücksfragment Das schadet nie Aber es nervt Whip Am Mist Hier können wir nichts anfangen So gut Da wären wir Also was können wir oben auf der Insel Ja Wirbelwind Scheiße was Moment Ach verdammt Gut okay Failen wir Oder können wir hier landen Bitte bitte Verdammt Nein Gut das klappt auch nicht Gehen wir eben nochmal hier rein Ja äh Damit können wir auch nichts anfangen oder Nope Okay Gut gehen wir eben wieder nach oben wo wir es klein machen können Weil wir es können Ja so halbwegs Ah falscher Weg Toll Bin ich hier schon seit einer halben Stunde unterwegs und verlaufe mich immer noch Only bei Riku Da gibt es hier unten nichts Na komm lass mich Ne ne hier können wir gar nichts tun Lass mich einfach in Ruhe Gut kloppen wir hier immer wieder alles kaputt Haben wir heute zwar erst 17 mal gemacht aber was solls Kaputt kloppen alles Das können wir Hallo Da So Das ignorieren wir einfach mal Weil ich es will Hier runter Ne So ja äh Okay Okay Autsch Autsch Fail Fail Da können wir auch nichts anfangen Autsch Autsch Ich stehe total auf dem Schlauch Ich finde das nicht so toll Ah ja Lauf Okay Was sollen wir tun Wartet mir das mal einer Okay Okay Hier können wir stehen Hier sind wir abgesoffen Aber Wieso konnten wir dort gerade stehen Das ist merkwürdig Wir haben einen Bug entdeckt Yeah Okay Okay Aber Ja gut Was sollen wir tun Wohin sollen wir Und vor allem Wie sollen wir wohin Naja Erstmal noch Hier Hier lang Autsch Nicht da lang Okay Warte mal Gehen wir mal Hier hin Oder auch nicht Autsch Das tut doch weh Äh Wir failen hier Ja mein Kampf Haben wir gewonnen Und Geld Und Geld bekommen wir Und jetzt sind wir wieder am Ausgang Irgendwann habe ich ihn gefunden Schauen wir kurz was uns hier so erwartet Weil wir es können Weil wir es können Weil wir es können Gesterben 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 Jawohl Er ist sterben gegangen Er ist sterben gegangen Weil ich es ihm gesagt habe Aber ne Aber ne Wir wollen da nicht hin Wir wollen Hier lang Irgendwie Irgendwo Pfeile Noch mehr Pfeile Obwohl wir Keinen einzigen brauchen Äh Okay Moment Ich hab ne Idee Ich glaub Ich hab ne Idee Ja Hier Nehmen wir mal die Pfeile Das bringt schon mal nichts Das hier Scheint auch nicht Komm Dreh dich um Oder mach dich kaputt Oder irgendwas Äh Ein blaues Elixier Ich hab keine Ahnung Was es bringt Ich hab nicht wirklich aufgepasst Deshalb lasse ich's Autsch Leute Riku Failed Ganz offiziell Ich Faele Aber das haben Die meisten Von euch Wahrscheinlich Schon erkannt Mit einem Guten Auge Guten Gehör Und genügend Zelda Kenntnis Machen wir einfach mal wieder Alles kaputt Ja Das bringt uns gerade Nicht besonders viel Glück Was sollen wir tun Was sollen wir tun Keine Ahnung was ich tun soll Ich hab keine Ahnung was ich tun soll Überhaupt nicht dich Ich weiß es nicht Ich kloppe einfach mal alles kaputt Und sammle Das brauchen wir doch nicht Ehrlich ich stehe auf dem schlauch Oder im sumpf Wie ihr wollt Tut mir echt leid Aber Diese woche gibt's nicht so viel von mir Immerhin In ein paar Tagen seht ihr dann die nächsten drei parts bei alu Und dann kommt auch drei parts von mir Und zwei davon in überlänge fünf minuten Also dann bis zu alus parts Und dann wieder zu meine Ciao